Moin, ich bin David. Ist euch eine frische und gesunde Fütterung auch so wichtig wie mir und soll es schnell gehen? Dann gibt es hier Hector & Paula. Kurzum, es ist die unkomplizierteste Form des Bafens, also der Rohfleischfütterung. Kleiner Exkurs. Ganz simpel ausgedrückt bedeutet Bafen ja, den Hund mit frischen Zutaten wie Fleisch, Gemüse und Kräutern zu ernähren. Und um nichts anderes geht es bei Hector & Paula. Nur dass hierbei bereits alles als ausgewogene frische Mahlzeit in tiefgekühlter Form vorbereitet ist. Mega easy, einfach auftauen und futterfrei für die Vierbeiner. Und um die ganzen nervigen Sachen wie Zutaten einkaufen, wiegen und schnippeln müsst ihr euch gar nicht mehr kümmern. In den Komplettmenüs habt ihr wirklich einfach alles all in one. Ganz viel hochwertiges Fleisch. Dazu kommt noch leckeres Obst und frisches Gemüse. Wertvolle Öle und Mineralien. Und das Ganze natürlich ohne Zusatz von Weizen und frei von Farb- und Konservierungsstoffen. Bon Appetit! Und keine Sorge, durch die tiefgekühlten Portionen bleiben alle wertvollen Inhaltsstoffe und Vitamine enthalten. Wir legen sehr viel Wert auf hohe Qualitätsstandards und garantieren frische Zutaten, easy fix und fertig, Einhaltung hoher Hygiene- und Verarbeitungsstandards und wie schon erwähnt, Weizen frei und ohne Zusatzstoffe. Genau das Richtige für alle, die es eilig haben und gleichzeitig Wert darauf legen, frisch und gesund zu füttern. Ist ja gut, du bekommst ja gleich was. So Leute, sorry, ich muss mich jetzt einmal um den Kleinkümmern.